Ja, wir haben alle. Sehr schön. Alle besucht. So, jetzt mal gucken. Uns fehlt jetzt quasi noch... Was fehlt uns denn jetzt noch? Eine Blume, die kriegen wir da oben. Das haben wir schon. Das haben wir abgeschossen und das. Ein Relikt fehlt uns noch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die Relikte überall sind. Ob wir alle haben. Das wird jetzt ein bisschen mehr Sucharbeit wie alles andere. Hier haben wir, die haben wir, die haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Das haben wir. Hier ist ein Relikt. Genau hier nebenan. Moment, lass mich einmal drehen. Oder einmal gucken. Da ist es. Nee, doch nicht. Huch. Aber hier, wenn ich mich noch weiter drehe, müsste auch ein Relikt sein. Irgendwo hier so die Richtung. Schau mal eben. Das müsste... Müsste irgendwo hier sein. Ja. Ziemlich am Gebäude hier irgendwo. Da. Ja, da ist es. Dann können wir das Upgrade auch gleich holen. Das hatten wir nämlich auch noch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ein Grammophon. Wie schön. Ob die sich häuslich einrichten damit zu Hause? So, alle Relikte haben wir. Sprich, wir fahren mal eben nach unten, um das Upgrade zu holen. Muss ja irgendwo hier gewesen sein, ne? Ja, genau. Wetter wird wieder schlechter. Da ist es. Jawohl. Das heißt, uns fehlen noch zwei von den Upgrades. Ja, das würde ich jetzt mal machen. Die Upgrades. So bin ich mit der Maus da. So. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Jetzt muss ich mal eben wieder vergleichen. Das haben wir auch. Beiden haben wir auch. Das haben wir. Da ist noch eins. Da ist... Hier ist noch eins. Ich düse mal hier hin und schnell reise. Da ist ein Upgrade in den ganzen Dings hier irgendwo. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ich da lang muss. Ja, die Richtung sieht gut aus. Richtung Süden müssen wir. Ist ein Upgrade irgendwo. Heißt irgendwo entdecken? Ne, ne? Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Das ist genau hier zwischen den Gebäuden. Wollen wir mal kurz gucken auf der anderen Karte. Da... Hier unten ist das. Wie wir da hinkommen. Könnte hier lang sein. Irgendwo hier muss das Upgrade sein. Da ist es. Da haben wir das auch mal hier gesehen. Sehr schön. Fehlt uns nur noch eins. Jetzt muss ich mal genau gucken, welches uns noch fehlt. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das. Genau in der Mitte. Genau hier. Das hätte ich noch nie im Leben gefunden. Ich werde auch überall außen lang gefahren. Niemals in der Mitte. Äh, was? Den haben wir schon, ne? Ja. Muss ich kurz gucken. Äh, das ist genau hier links liegend. Da in die Richtung. Also kriegen wir den Kreis voll, so wie ich schon dachte. Da ist es. Ja. Sehr schön. Damit haben wir alle. Nice. 26 von 26 Boots Upgrades. Yeah. Sehr schön. So. Das heißt also. Tageb... Oh, Tagebücher wird, glaube ich, schwierig. Die haben wir. Die haben wir. Die haben wir. Die haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Da ist noch was. Okay. Vier Stück müssen wir ja rechnen im letzten, im letzten Gebiet, ne? Gucken wir mal, wo muss ich denn jetzt lang? Genau andersrum nach rechts, glaube ich. Ist das die Richtung? Ich guck mal eben. Ne, genau auf der anderen Seite. Also diese Richtung müssen wir. Hier muss irgendwo noch ein Ort sein, wo wir klettern können für ein Buch. Da, ne, das ist ein Aussichtspunkt. Ah, wieso hat der Aussichtspunkt dann das nicht aufgedeckt, frage ich mich. Das muss jetzt weiter links sein gleich. Vielleicht soll das auch sein, dass man ein bisschen mehr erkundet selber. Okay. Gut, dann nicht. Dann, puh, dann nicht, ne. Das ist genau in diesem dunklen hier. Genau hier mittig müsste das sein. Zwischen den zwei Dings. Das heißt, einfach hier so durchdüsen. Müsste passen. Irgendwo hier so da ist es. Ich glaube, ich sehe es. Oder? Ist es hier? Ne, es müsste, oder? Wunder mich, dass es mir gerade nicht anzeigt. Aber hier, waren wir hier schon? Das müsste das aber sein. Jetzt zeige ich mir das nur nicht an. Warum auch immer. Oh, warte mal. Hier waren wir noch nicht. Das ist es auf jeden Fall. Nein. Nein, Mann. Steige ich wieder ins Boot ein. Wir müssen das jetzt mal ranziehen hier. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ich habe jetzt auch gar nicht aufgepasst, inwie viele Bücher uns noch fehlen. Weil ich meine, vier sind es, glaube ich, im letzten Beat. Wetter? Was? Wetter? The weather is coming. Und incoming. Oh. So. Und hup. Und hupsasa. Und tralala. So, das sieht doch gut aus. Dann schaffen wir jetzt doch komplett alles. Mit ein bisschen Hilfe. Ich hoffe, ihr habt ein Nachsehen. Weil, wie gesagt, ich möchte, dass das, dass, dass, das Spiel jetzt nicht unheimlich in der Länge ziehen. Vor allem gerade bei Videos. Ich weiß selber, wie das ist. Und, ähm. Dann haben wir das halt so gelöst und gerätselt. Oder beziehungsweise nicht gerätselt, aber halt so gelöst. Ist jetzt nicht so schlimm. Man kann ja mal gucken. Wie gesagt, ich hätte mich, glaube ich, zu Tode gesucht erst mal. Um das zu finden. So. Der große Mann brachte Gaben von den alten. Schmuckstücke, die auch die härtesten Herzen erweichten. Mhm. Dann haben wir das auch. Sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt 50 von 56, ja? Und das haben wir. Das. 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 Die haben wir. Die haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Da ist noch was. Da unten ist auf jeden Fall noch ein. Müssen wir mal kurz gucken, wo wir da sind. Äh, warte mal. Mal eben. Äh, wir müssen genau die Richtung, müssen wir. Richtung Norden. Und wir kommen hier irgendwie raus. Da düse ich mal durchs Gebäude. Huch. Ja. Gibt's, glaube ich, sogar für Playstation das Game. Wenn ich mich recht entsinne. Gab's den ersten Teil ja auch. So, das müsste genau jetzt links sein eigentlich. Da. Gucken wir mal, wie wir da anliegen können. Uah. Gut, dann machen wir erst mal das Tor auf. Gut. Zurück ins Bütchen. So, und dann gehen wir mal. Gehen wir mal holen. Rechts die Leiter war rückweg. So. Petrus ist entzürnt. Gut. Aber das. Wir trotzen dem Wetter. Ja, wir müssen irgendwie dahin. Wegen dem Schalter. Wie kommen wir denn dahin? Das ist eine gute Frage. Hier lang kommen wir, glaube ich, dahin. Damit wir die Brücke runtersetzen können. Genau. So. Dann... Hier lang. Haben wir unten echt viel vergessen auf der Karte. Oder viel übersehen. Gut, wir haben auch ein bisschen nach Freischnauze, muss man aber auch sagen, gefahren mit dem Boot. Wir haben jetzt nicht irgendwie groß immer viel mit dem... Also umgeguckt mit dem Dings, mit dem Fernrohr. Wir haben das teilweise auch einfach nur so gemacht. Und haben viel selbst erkundet. Aber ich bin froh, dass wir das dann auch haben. Dass wir das doch kompletieren können. Was ich sehr schön finde. Er riss einen Samen aus seinen Ruheplatz und führte die uralten Schätze vor. Seine gerissenen Worte verleiten uns einen Wert. Da muss ich mal eben schnell gucken. Verleiten uns einen Wert zu erkennen, wo es keinen gab. So. Ab ins Bötchen. Jo. Here we go. So. Heißt für uns. Fünf Stück. Das heißt, ein Buch müsste uns noch fehlen. Wenn es da oben vier gibt. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Was ist das? Das haben wir. Da ist noch ein Buch. Alles klar. Gut. Dann kommt die Theorie hin, dass es immer vier sind. Beim Ziel. Und jetzt müssen wir nach unten links. Heißt, ich schippe mal raus. Dann haben wir das. Sehr schön. So. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Bin mir nicht sicher. Guck mal eben. Das müsste... Ja. Und dann ein bisschen links liegend. Da ist es nicht, ne? Ne. Müsste irgendwo hier links sein. Guck mal eben auf die Karte. Ja. Das ist hier ziemlich am... Ja. Hier links irgendwo. Ziemlich am Relikt war das. Stimmt da auf der Insel. Ja. Da bestimmt. Ja. Da ist das letzte Buch, was wir brauchen. Vorm Finale. Sehr schön. Feier ich. Heißt für uns. Wir haben dann alles fertig. So. Das ziehe ich schon mal runter. Wir müssen aber die Brücke noch einmal schon gesehen. Was ich natürlich auch erstmal mache. Weil sonst kommen wir da nämlich nicht weiter. So. Das ziehen wir mit. Immer weiter. Immer weiter. So. Zack. Dann können wir jetzt quasi anknüpfen. Warte. Ja. So. Äh. Hier lang. Letzte Buch vom Finale. Sehr schön. So. So. Hier lang bitte einmal. Okay. Da oben ist es schon. Ich seh's schon. Sehr schön. Rechts ist der Rückweg. Meine Leute weben das Dorf in die Ruin ein. In Harmonie mit der Masse. Wir hatten alles, was wir brauchten. Hm. Okay. Okay. Ich mach mal eben hier schnell die Karte aus und so. Dann brauch ich das ja nicht mehr. So. Gut. Runter. Äh. Ah ja. Zur Leiter. So. Gut. Auf geht's. Kann ich da... Nee. Geht ja noch nicht. Aber da kann ich schnell Reise hin machen. Uh. Weil dann brauchen wir nicht da hindüsen. So. Dann haben wir jetzt eigentlich alles gesammelt, was wir brauchen an Nebenquests. Also Nebenaufgaben. Den ganzen Sammelkram. Haben wir jetzt alles fertig. Dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt zum letzten Samen kommen. Ich bin so gespannt, wie das endet. Und ich hoffe, ihr seid's auch. Voll ausgerüstetes Boot. Was kann da jetzt noch schief gehen? Was kann da uns jetzt noch passieren? Das Monster kann uns gar nichts. So. Hier lang müssen wir, glaube ich. Ob ich das richtig sehe. Ja. Die Pfeile zeigen uns dann, wo lang. Was das wohl für ein Gebäude ist. Uh. Das ist unser Finale. Eins von neun. Dutt. Oder Dutt. Stilstücke gefunden. So. Oh. Ich freue mich so. Ich habe ein leichtes Grinsen auf den Lippen. Da wir jetzt zum Finale kommen. Oh Mann. Das wird so cool, glaube ich. Ich freue mich. Wirklich. Es. Ich kann jetzt schon mal sagen. Es war ein großartiges Spiel. Es war ein großartiges Spiel. Columbia Garden.